Ne, 5 Minuten ist zu wenig. Lass mal um 5 Parts was machen, also 120 Minuten. Könnte ja auch stimmen, ja, aber... Tja, das ist Pokémon! Stumpes Abschlachten von wilden Tieren. Mein Gott, Dark L. Ja. Ja. Was ist los? Weiß nicht. Aber besser trainiere ich jetzt, da hinten bei den Viechern, wo ich eine 100 dp kriege. Das stimmt. Ah, erst mal fett gehustet ins Mikro. Jetzt hört man deinen Lüfter. Was hört man? Deinen Lüfter. Quatsch! Ich hab nicht vor was gemacht. Doch, du hast dich gemütet und dann machen wir deinen Lüfter gehört, als du wieder gesprochen hast. Der Lüfter hat gesprochen. Hm. Was spricht er denn zu dir? Ach, löse mich! Darker Scheiße! Das ist aber böse! Böser Lüfter! Ja, musst du ihn gleich mal schlagen. Gleich. Soweit ich 50 bin. Okay. Und dann musst du das als Video machen. Let's Schlag Lüfter. Ja, genau. Let's Speed. Let's Speed cooler. Was ist cooler? Ist das wirklich Lüfter? Verkauf dein Bisa Knosp? Ja, wie viel gibst du? Ich so 8k. Nee. Und wohl nur der Level 47. Alter, was ist die für ne scheiße Lava denn im Chat? Hat jemand Sonder Bon Bon G? Bon Bon G? Spongebob! Spongebob! Pokémon WTF, wie willst du da haben? Wofür? Ka, sag du. Als ob man seine Pokémon verkaufen könnte, Alter? Ja, in der Pokébörse. Oho. Hab ich da auch noch nicht gesehen, das Ding, aber ganz bestimmt noch nicht. Ja, das ist im Markt, wenn du da an den Stand rangehst. Achso, 5k bis 8k. 5k bis 8k nur? Ach, kein Zweifel. Boah, ich werd ja auch ein Markthändler oder so. Also so ein Händler. Für was denn? Für Pokémon. Ich level die den ganzen Tag und dann verkauf ich dir. Ich mein, für welches Pokémon? Ähm, Ratzfratz. Ich verkaufe dieser Knosp Level 18. Warum tut man sowas? Weißt du nicht, das ist ja ein Pokémon. Echt so? Ich, naja, ich lö... oh mein Gott. Ich werd grad leben. Ja, einer hat grad gesagt, er löscht das Spiel wieder. Dann kann er mir ja die funktionierende Version schränken. Ja, ich kann dir auch gleich helfen. Weil das ist nämlich wirklich cool. Pokémon Online spielt es auch. Tauscht mit Dark Pokémon. Hm. Gibt mir alle auch einen guten Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Äh, 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 was? Oh, nix. Okay. Fast, one hit. Jo. Ich brauch was zu trinken. Warum? Dieser Knosp für 15.000. Ach, das Geld kriegst du so übel locker zusammen. Ich hab auch schon wieder 6.000. Oh, ich hab mich voll geheilt. Ich glaube, das dauert echt ne ganze Weile, bis das 85 voll ist. Ne, wirklich? Oh doch, das geht nämlich nicht prozentual. Zocke jetzt MV3, fuck zu zocken einer. Fuck zu zocken einer. Ach, ist der shit lustig. Ja. Ist aber gleich noch lustig. Mal gucken, ob es bei Google irgendwie ne Karte von... Region 4? ... dem Ding gibt. Mach mal. Geh noch mal auf diese Pokémon-Online-Seite. Wer, wer war in Level 80? Ich glaube, das war dieser Black, der hier gerade in dem Chat ist. Black ist Stufe 73. Ja, meine ich schon. Okay, Trainer-Rang. Alter, Stufe Nummer 1, also Rang Nummer 1, ne? Ja. Der ist hier gerade im Chat. Lol. Da ist er, Black. Warte? Da, Black, Black. Oh. Schon cool, oder? Ja. Ah, ich hab Trainer-Rang, äh... Der ist Trainer, Trainer-Rang 73. Die überholen wir locker. Ist der nicht auch an uns vorbeigerannt? Ne. War das nicht der? Sicher? Doch. Klar, locker. Das war der bestimmt. Der war doch 73. Der Typ macht nichts einfach mehr. Der denkt, er hat keine Konkurrenz, ne? Ja, da bin ich. Da stoße ich den Ball vom Thron, der kleine Typ. Moment mal, aber Trainer-Rang. Ja, Trainer-Rang. Nicht Pokémon-Rang, Trainer-Rang. Ja, ich bin Trainer-Rang 11. Ja. Das wär übel easy, Alter. Wir haben gestern angefangen. Ja. Das wird mit den nächsten Trainer-Rängen wahrscheinlich nicht einfacher. Natürlich. Natürlich. Der Typ macht doch eh nichts mehr. Locker. Ja. Locker, locker. RTL steht für Radio, Television, Luxemburg. Ja, das ist ja was. Wusstest du das nicht? Du ungebildeter, du. Entschuldigung, dass ich RTL nicht kenne Jeder kennt RTL Aber ob es positiv oder negativ ist, ist es jedem selbst überlaufen Gamescom, ne? Es sind alles so ungepflegte, stinkende Typen, die kein Real Life haben und keine Freundin und so Ja, genau Haben die sich eigentlich dieses Jahr auf die Gamescom getraut? Ne Ich habe ein Bild gesehen von dem RTL Also ich weiß nicht, ob es echt war oder nur so Just To Fun erstellt Das Auto war wirklich panzergesichert Das RTL-Reaktionsauto Ernsthaft? Es hat irgendwie so Gitter vor den Fenstern und Ich weiß aber nicht, ob ich das gesehen habe Oder wenn das so wirklich so wäre, dann müsste man eben die Luft sprengen Dieses Drecksauto Schön, einen ordentlichen Sprengesatz unter Die Karosserie und dann Nee, hat keiner gehört, sonst verkackt mich RTL Ja Durchschnittlich erhält jeder Mensch zwei Moleküle des letzten Atemzugs von Michael Jackson Volleykelhaft Noch geiler sehen, der U-Bahn oder so, wenn man einfach in die Luft eine hat, bis sich 100 andere, 100.000 andere Leute in dir drin hatten Die sich drin hatten Ja, volleykelhaft Feuerabend, 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 so 100 Leute in eine U-Bahn reinquetschen Boah, da kommt Gemeinschaft auf, ey, Zusammenhalt und so Na, Feuerabend, 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 Feuert Denn Turtok stirbt gleich Stimmt doch gar nix Nein, du Fuck Naja Stimmt doch gar nix Ha, 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 Ha Das musst du hier rausschneiden, weil das zu lang gedauert hat. Ach dann... ...hau ich dem einfach ein paar Hypertränke rein. Das ist die Kohle, ja. Er kriegt wie viel Geld ich hier wieder hab. Ach 7700. Ich bin der wie 47? Ja. Oh, unser Name der wie 40. Verdammt, das ist noch nicht tot. Dafür krieg ich aber... ...931 AP wieder. Mann, Mann, Mann. Wie macht man Duell, hallo? Weißt du nicht, wie man das in die Börse macht, oder was? Slash help? Ah! Dann kannst du jemanden zum Duell herausfordern. Wettbefehl. Slash help? Slash help. Ach so. Slash Battle-Spieler-ID und dann... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wo geht das, ey? Digga, wo geht das? Warum kommen keine Level 60er Onyxe? Onyxe? Onis. Onis? Onis. Jetzt wese ich! Guck mal, ein Stück ja hinten lang. Es ist Zeit für ein... Du 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 äh... Ach ne, das war ja Juri Oaten. Ach du. Das war doch nur ein Spaß. Ein Späßchen. Oh mein Toto-Kartes, 100... Das war nur ein Späßchen-Häschen. Watt Toto-Kartes, das sind 100.000 Erfahrungen. Cool, ne? Mhm. Der wird bestimmt gar nicht übelst abgezockt, dieser Pokémon, what the fuck. Wer sich schon Pokémon, what the fuck, nennt, soll nicht anders verdient. Ich mein Pokémon ist eine Religion. Aha. Mhm. Ne Quatsch. Level... 48. Aber ich wette, jeder hat schon mal Pokémon im Leben gespielt, wenn ich... Das ist Pokémon. Dark, ey. Warum schreibt ihr eigentlich jemand im lokalen Chat? Weil lokal nur auf der... Hei! Hei! Einfach mal ne Haie reingeknallt. Hei! Schreibt mal, ihr seid auf YouTube, oder so. What the fuck drinne? Achso. You are fame now! Ja, schreibt mal. Schreibt mal. Das... Nein! Schreibt mal! Nein! Hallo! Nein! 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 Christendel, ja halt mich für... Altmut, Schabber nennen. Was macht man nicht? Lachst du so blöd? Weiß ich nicht. Oh, ich bin müde. Warum denn? Hast du nicht ausgeschlagen? Ne. Warum? Äh... Keine Ahnung, frag mal ne Schulleitung, frag mal ne Lehre. Ich weiß jetzt nicht, warum ich nicht aufschlafen darf. Warum? Ich find's auch unfair, aber ich kann da echt nichts mehr. Fändest es besser, wenn du von... 13 bis... 19 Uhr zur Schule gehen würdest? Äh... Ja. Ne? Doch. Stimmt nicht. Doch. Warum? So, dass man dann ausschlafen kann. Aber dann hast du doch nichts mehr vom Real Life. Doch, ich kann schlafen. Schlafen, Schule und dann um 22 Uhr zocken. Dann kannst du halt die Nacht durchzocken, mein Gott, ist auch cool. Aber der ist doch nicht mal da. Also, außer ich. Ey, komm mal, das reicht nicht. Der Typ redet grad voll mit sich selber. Wer? Dieser... WTF? Agre. Der Agre, mit dem er handelt. Agre. 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 Oh, Level 49. Ein Leveler noch. Und da wird Nidorino gelevelt. Das kann ja ein Spaß werden. Ich brauch eigentlich so ein... Wireless Headset und dann... Würde ich hier nebenbei mein Zimmer aufräumen oder so. Ein bisschen besser. Oh, Wireless Headset sind kacke. Nicht zum Spiel geeignet. Ja. Das ist es. Wirst du mich denn vermissen, wenn ich nicht mehr da bin? Ja. Du hast mir immer noch gesagt, wo du hingehst. Ich hab dir schon dreimal gesagt, dass ich auf Klassenfahrt fahre. Nach Berlin hast du gehört, ne? Ne, aber da machen wir auch noch einen Tagesausflug hin. Vielleicht können wir uns da ja so irgendwie von der Gruppe lösen. Du musst mir halt dann sagen, wo du bist. Und wenn es nicht in der Arbeitszeit ist, dann... Komm ich. Ja, wahrscheinlich werden wir da morgens oder so. Von morgens bis abends oder so. Komm ich nach... Nach Feierabend, komm ich zu dir. Hi, Christello! Seine Gruppe so, hä, wer meint denn die Spruchtel? Ne, die zwei äh... Also, ich weiß nicht, kennst du Tyson und Penis Shelly? Ja, aus LOL. Ja, genau. Die sind in meiner Klasse, also würden sie schon wissen, wer gemeint ist. LENART! Ah, das bring ich, das bring ich! Da weißt eh, wie jeder mir gemeint ist. Kommt da irgendeine Schwuchtel an deiner Haare? Ne, ne, geh mal weg. Warte, wie kann man sich so Penis Shelly nennen, ne? Bist du gemütet? Warum bist du gemütet? Warum bist du gemütet? Warum bist du gemütet? Meine Mutter kam ran. Und? Wir möchten das alle hören. Ja, die wollten ein. Tja, jetzt hab ich einfach nur meine Wäsche genommen, die sie jetzt waschen geht, und boah. Aha. Fünfzig, wuuu! Ohje, 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 ohje. Ne, wir fahren nach Freiburg. Warum auch immer, ich hab keinen Bock drauf. Ich sterbe gerade. Ne, natürlich hab ich da Bock drauf, Freude. Ich mach dem Ohn nix keinen Schaden, sonst tötet mich was. Ach, Dark, ey. Alter, jetzt reicht's aber. Kein Bock mehr. Schnabel. Er hat mir tot gekillt. Ne, du stirbst. Das wäre verdammt peinlich, ja. Ist genauso. Ich werde aber auch sterben. Rettbrauch, lieber. Wenn lieber. Stimmt. Kann man ja auch. Oh mein Gott, Nidorino, du bist so schwach. Guck dir an, wie schnell die anderen Pokémon sich rein. Also hier war irgendwo das Poké-Ding, oder? Ne, die Poké-Börse? War die nicht irgendwo hier? Die ist im Shop immer. Ach so. Ach genau, stimmt ja. Aber hier ist kein Shop. Ne. Ob hier jetzt einer drin ist? Ach ja klar, aber mit dem könnte ich ja nicht kämpfen. Ich würde gern bei Nidorino noch trainieren, aber das ist langweilig. Ja, mit Huatok kannst du nicht mehr trainieren. Vor allem gegen Onyx. Und du kannst wirklich nur bis Level 50 leveln jetzt? Ja. Ja. Aber wie sollst du dann... Ach so, ja gut. No. Huatokknarre... Bis... Ah, eben bis kriege ich hin. Was sagst du, wie soll ich dann was? Ja, wenn du eh Level 50 bist nur. Aha. Und die in der anderen Arena schon Level 55 waren. Ja. Ist doch voll unfair. Ja, ist richtig. Ich habe sie trotzdem geowned. Hey, du bist ja autark. Ja, danke. Fast Level ab. Mein Name ist Totoglide. Ach, das kann das auch. Ach klar. Level ab. Oh ja. Alter, verpiss dich, Alter. Alter, was soll denn das? Nein! Du bist so schnell. Ich glaube, ich spiele nebenbei auch irgendwas. Unterdruck brauchst du mich halt, wenn du die Karte brauchst. Aber was machen wir denn? The Binding of Isaac. Nein, du hast... Du guckst mir jetzt zu. Ich geh wieder zurück. Ich könnte nicht mehr auf den Scheiß Sand. 10.000 Gold. Ja, geht schon. Nein. So, Arena, das hat zwei müssen jetzt umnieten, ne? Ja. Und dann... Jo. Und dann, jo. Jo. Ich will fliegen haben. Jo. Wäre nicht. Jo. 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 ancen would. Jo. Ja. Jo. 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 das neben der spielhalte vor der seite schnauz party der ist der trainer an level 7 ist hier schon die pros aber richtig hat er nach einem tag mit zwölf wenn man natürlich sehr viel langweil hat so wie du ich bin ja immer ich bin ja immer was zu tun also hast du mir jetzt noch drei stunden zugeguckt bis du diese beiden dinge auf isaac gespielt hast was deswegen hast du mir noch drei stunden zugeguckt bis du diese beiden dinge auf isaac selbst spielst jetzt spiel ich ja nicht guck dir weiter zu ein retter ah das will ich haben ja das wird zur arbox spielst du spielst du ne mach mit ibitac das stirbt das stirbt neiiiin die